Wir sehen nichts mehr. Wo sind wir? Hä? Wo sind wir jetzt? Oh fuck. Was sind das denn schon wieder für Viecher? Ah, ist doch immer sein Kind? Was ist denn das? Gondom, oder? Der Schallmessiah. Du Haltwitdogs, Kunt! Er hat noch nicht substantiiert. Er hat noch nicht... ...bebelebt. Erstmal müssen wir ihn auf der Krasse nehmen. Ich habe meine Hämmer und Nähle. Lass uns auf die Hände gehen. Ach, streichen erstmal über den Kopf, wenn er was brav macht. Der Bibel. Die Heilige Worte von seinem Geist. Er wird auf eine Krasse und sterben. Und er wird gegründet. Aber er wird wiederkommen, in mehr perfekte Hände. Wir werden... ...eig von dieser Hände in der Heiligen Gemeinschaft und werden wir... ...hierben von unseren Schäden physischen Schäden. Und wir werden diese Hände verletzten. Sie sehen? Wir haben alles vorbereitet. Alles. Es ist alles bereit für dich. Was? Nicht das! Bitte! Wo ist dein Geist? Du solltest ein Geist für uns haben. Ach, der redet die ganze Zeit. Die Heilung nach dem Ende. Ein Geist? Die Wahrheit. Deine Geist. Sie haben lange Zeit auf dich gewartet. Na, zu Knick. Ich glaube, wir sollen die Fahrten tiefer ein proposieren. Warte! 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 Doder! 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 Good... Doder! Das war nicht so schlecht, war das? Was ist das? Dick, hör mir da. Ist das eine Kamera? Eine Rekord? Natürlich. Wie kann ich nicht sehen, dass ein modernes Christus eine Kamera benutze, nicht ein Buch? Das ist unser Gospel. Wie kann ich nicht wissen? Herr, bitte verabschiede mich für dich. Ich weiß nicht, dass ich keine Angst habe. Ich bin eine Wunderschöne Wunderschöne. Ich muss studieren seine Lehren. Mach den anderen Nählen, und schau ihn. Nein! 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 Jetzt hat er auch noch die Kamera. Die müssen wir dann wahrscheinlich auch noch wiederholen von dem Kollegen. Super. Jetzt hängen wir hier. Was ist jetzt? Du bist tot, oder was kommt jetzt? Verstehe nur nicht so ganz, was jetzt kommt. Ja, wir hängen hier. Wird uns geholfen? Zeig nicht, wir müssen das rausreißen. Oh nein! Oh nein! Boah, so riesen Nägel. Wo hast du riesen Löcher in den Händen gehabt? Ja, ich hab meine Kamera nicht, das weiß ich. Frage. Ah. Muss ich irgendwo einen Verband finden, oder? Wo sind wir denn hin? Oh, mich sehen wir hin. Da. Da ist nicht. Ah. 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 Scheiße So Ähm Wollt die Frage was wir jetzt machen Hier ist bestimmt einer drin Ja Hört ihr mich an? Sage mal Stimmt Aber warum will ich das immer testen? Das will ich gar nicht eigentlich Lass es lieber mal Da rate ich doch nur auf mehr Schwierigkeiten Greift das hier mich an? Ist trotzdem mal am Bogen rum Trotzdem nicht mehr so lecker aus Sieht irgendwie alles vergammelt aus was sie da haben Aber die Menschen die da leben Alles vergammelte Leute Was ist die Frage? Will der mich angreifen wenn der hier vorne ist? Weil ich sehe Da könnte es glaube ich weiter gehen Hier sind wir im Verband Hier sind wir im Verband Ach Gott alter Gehts hier weiter? Solche Baumstamm da ne? Ich habe echt keine Ahnung ob der mich verfolgt Er hat ein Messer Ah What? Hallo What the fuck Da komme ich nicht durch Hä? Da ziehe ich mich nicht mehr? Ja komm her Oh fuck Fuck Ach man Wäre ja auch noch geboxt von allen Seiten Reihen wir hier aber wieder hin Das ist scheiße Das ist natürlich ein Baumstamm Wie sollen wir denn da durchkommen? Wow Der ist ja schneller als ein Stück Kacke Fuck Junge Warum sind die alle so schnell? Der ist ja noch immer vor Fick dich Ich muss da rein Ich muss da rein Wie soll ich denn da durchkommen? Wie soll ich denn da durchkommen? Oh jetzt habe ich wieder kein Verband Dank du Scheiße Ah die Speicherpunkte gehen mir echt auf den Sack in dem Spiel Echt ein besseres Zähl erstmal wieder vernünftig dann Lass ich dich da vorne hin Ja ja Bis er irgendwie anders hinkommt Ne das verbindet das mal wieder Lecker Na jetzt gucken wir mal wo es irgendwo weiter geht Ach hier geht es weiter Ach man ich sehe das wieder nicht Oh die Kamera ist auch echt schwierig hier was zu erkennen Was ist das hier los? Oh die Su- Oh keine Scheiße Moment bekommt er dass ich weg bin Öff Öff Okay es ist eine Batterie Runter Mein Gott Scheiße Können wir da jetzt durchrennen? Ist ja gespeichert Also wäre das nicht das Problem Können wir uns einfach hier durchbewegen? Oder nicht? Ne Wow Müssen wir rückwärts wieder raus? Willst du mich verarschen? Okay Okay schließen wir erstmal Noch leiser geht es natürlich auch nicht So Haben wir hier noch Irgendwo ein Band Was ganz wichtig ist Batterie haben wir ja auch noch Oh ganz wichtig ist Wie viel haben wir jetzt? Zwei Batterien nur? Okay Gehen wir mal hier links lang Und zwar hier runter Und schon eine Menge Feinde gemacht Aber bis jetzt Die Hexe Und jetzt kommt der auch noch dazu Und diese ganzen Grau Was für Leute sind Einfach nur irgendwelche Gläubigen Fuzzis Die ganz vielen kranke Vorstellungen Von Gottes Dingensamen Ihr wisst schon Ihr wisst schon Wie ich das meine Der Typ ist wieder in der Nähe Mit seinem Pfeil und Bogen Ich rieche es doch Und hier geht es rein? Nein Müssen wir hin lang Hier durch Aber wo Wo kommen wir hier durch? Ach wir müssen hier hoch Laufen Oh Gott Tut mir richtig leid Am wenigstens hat er Tarnsachen Er ist am wenigstens gut Vorbereitet Was? Fuck Ah, ein Schuss, ja genau, what the fuck, äh soll ich lieber warten bis sie kommen oder so, kommen die erst wenn ich da bin, das interessiert mich jetzt mal, ich bin hier ein bisschen schnell weg, fuck, ach du scheiße, ey, wie das kann doch nicht wahr sein, ich glaube, so oft bin ich doch gar nicht gestorben, muss doch irgendwo einen Ausweg geben, irgendwo, wir müssen auf jeden Fall da geradeaus irgendwo, direkt in die Arme zu laufen, das wäre nicht ganz der Vorteil läuft, Renn, renn Was Hi Wow Wo müssen wir lang? Die Frage war, war doch noch was geradeaus irgendwo Oh, Mann, Mann, Mann Ja, Junge, du musst ja nicht hier erstmal so weit untertauchen Ja, ist Okay, wir müssen auf jeden Fall da irgendwie hin Wir können den auch nicht austricksen Er sieht uns direkt Oder? Ich hab einen Plan So sieht er uns ja nicht Ach, der trifft direkt Kann man nicht irgendwie ausweichen oder so Nein, der bleibt doch einfach da stehen Der bewegt sich kein bisschen, oder? Was ist das denn, Alter? Ja, komm, jetzt ist er auch nicht so weit unter Hi Ach, fuck you Alter, was ist das denn? Als ob der mich mit einem Schott immer töten kann Der trifft doch jedes Mal Ah, fuck die Bitch, Alter Fuck sie alle Mein Gott Mittlerweile macht das Spiel nur auch aggressiv Sehr auch nichts What the fuck, Mann Es geht mir auf den Sack Das andere als durchregen können wir nicht Weil der bleibt ja immer da stehen Der bewegt sich doch null Der kommt doch erst, wenn ich hier runterspringe Oh, Mann Leute, ich würde sagen, ich gucke mir das irgendwo an, wie das geht Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder Danke, dass ihr eingeschaltet habt Bis zum nächsten Mal Haut rein Ciao Mit V Ciao